Instrumentierungs-Hook-Ups erhöhen die Lebensdauer und erweitern das Einsatzspektrum von Druckmessgeräten. Sie bestehen aus Ventilen, Fittings und Schutzvorrichtungen, die an ein Druckmessgerät angeschlossen werden. Das Hook-Up aus Einzelgeräten von vielen unterschiedlichen Herstellern zusammenzustellen, kann zu Problemen führen. Einzelteile passen nicht zusammen und der Einbau wird langwierig, umständlich und somit teuer. WIKA ist nicht nur der Hersteller zuverlässiger Messgeräte, sondern produziert auch die Ventile und Schutzvorrichtungen selbst. So kann WIKA maßgeschneiderte, vorkonfektionierte und geprüfte Komplettlösungen aus einer Hand anbieten, die genau auf die jeweiligen Anwendungsfälle passen. Hochwertige Einzelteile bedeuten auch hochwertige Kombinationen für Sie. Hook-Ups von WIKA sind sicher, da sie bereits vor Auslieferung auf Leckagen geprüft werden. Beim Einbau vor Ort sind sie leicht und schnell zu installieren und sparen so bares Geld. Zusätzlich können sie durch ihre kompakte Konstruktion auch an beengte Einsatzorte angepasst werden. Unser breites Portfolio erlaubt die Auswahl des jeweils passenden Ventils genauso wie die Auswahl des passenden Messgeräts. Sowohl für Geräte mit Flanschanschlüssen wie für Geräte mit Gewindeanschlüssen hat WIKA zahlreiche Lösungen. Auch komplette Sonderlösungen sind möglich, zum Beispiel das modular aufgebaute Emico-Gage. Damit können Flüchtige Emissionen vermieden werden. Haben Sie Fragen zu Ihrer spezifischen Hook-Up-Lösung? Dann kontaktieren Sie Ihre WIKA-Experten. Wir helfen Ihnen gerne weiter. Nachdenken Sie die WIKA-Experten. Wir kommen also mit Flüchtige Emissionen auf